Willkommen auf der Hörsel. Entdecke ganz neue Seiten deiner Stadt. Vom Wasser aus. Eine neue Art von Booten macht es möglich. Packrafting heißt die neue Innovation auf dem Tourismusmarkt im Bereich der Outdoor-Aktivitäten im Wassersport. Diese Boote sind so leicht, so robust und benötigen so wenig Tiefgang, dass nur wenige Zentimeter Wasser ausreichen, um ein fließendes Gewässer vom Anfang bis zum Ende zu durchfahren. Erlebe deine Stadt aus einem völlig neuen Blickwinkel. Willkommen auf der Hörsel.